Hallo, ich bin Robin Indemann und ich bin der Komponist, Autor und Produzent von Showtime, das Musical. Es ist ein neues Stück für eingefleischte Musical-Fans mit einer spannenden Story und aufwendigen Kompositionen und Arrangements. Mal jessig à la Broadway, mal mit getragenen Balladen, dann wieder düster oder rockig. Das Ganze dargeboten von großartigen Solisten und einem genialen Live-Orchester. Showtime, alles sieht auf mich, Showtime. Event heißt für mich Emotion. Ich gehe ins Theater, um unterhalten zu werden, um zu lachen, um zu weinen, um Gänsehaut zu bekommen und all das wollen wir hier machen. Der Tag, an dem ich auf dich traf, war Hoffnung bloßer Schein. Die Konzertaula in Kamen im Herzen des Ruhrgebiets ist der ideale Aufführungsort für die Premiere von Showtime. Hier haben wir einen tollen Theatersaal mit einer super Atmosphäre und einer tollen Akustik. Eine spannende Reise nimmt Fahrt auf. Niemand weiß genau, was passiert, wie es sich entwickelt, aber ich glaube fest daran, dass es großartig wird. Erleben Sie das neue Musical Showtime ab Oktober 2023 in Kamen im Ruhrgebiet. Direkt an A1 und A2. Alle Infos unter showtimemusical.de 1. Vielen Dank.